Hallo und willkommen zum neuen Video auf Palia-Tipps. Heute geht es um die Glücksmünze, die ihr per Post von Seki erhaltet und einem Glücksautomaten in seinem Geschäft einlösen könnt. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wieso ihr sie bekommt und wieso manchmal nicht. Die Antwort ist aber ganz einfach. Kauft einmal pro Real-Life-Tag irgendetwas in seinem Geschäft, ganz egal was. Und dafür erhaltet ihr dann auch einmal pro Tag die Münze per Post, aus der ihr zum Beispiel Würmer, Pfeile, Dekoartikel und weiteres bekommt. Ganz neu mit dem Patch vom 16.07. sind auch Gegenstände aus dem Valley Sunrise Set. Ein Bett, eine Vase, einen Tisch und eine Deckenleuchte. Übrigens, die Glücksmünze bekommt ihr auch für 10.000 Gold über den Nachtmarkt von Seki. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder rein bei Palia-Tipps.